Hallo liebe Fotofreunde, die Hasselblatt 907 X50C ist eine kleine leichte Mittelformat Kamera mit höchster Abbildungsqualität. Für 6600 Euro ist die Kamera zu haben, sprich also der Body mit einem klappbaren Datenrückteil mit Touch-Bedienung und 50 Megapixel Auflösung. Diese Kamera kann aber auch mit HC Objektiven aus der Serie H von Hasselblatt mit einem Adapter ausgestattet werden. Den Datenrückteil kann man auch auf alte und analoge Hasselblattgehäuse und Bodys montieren und somit hätte man dann quasi einen Hybriden, sprich wir hätten die Analogfotografie und Digitalfotografie in einem zusammengebracht. Das klappbare Display ist relativ groß, also man kann es fast so wie diese diese Handfläche da so halten und anschauen und man sieht hier erstens einmal alles was man aufnehmen möchte in erstklassiger Pickelqualität und man hat natürlich die Möglichkeit direkt am Touch-Display alle Einstellungen wahrzunehmen. Das heißt entweder manuell damit zu fotografieren Blende Verschlusszeit ISO einzustellen oder auch halbautomatisch zu fotografieren. Der Sensor mit 43,8 x 32,9 Millimeter bietet 14 Stufen Dynamikumfang, das heißt von ganz hellen bis ganz dunklen Stellen gibt es hier wirklich Abstufungen in der Abbildungsqualität. Das Display selbst, das Live View Erlebnis am Display wird durch eine Bildrate von 60 FPS garantiert. Das heißt man hat hier keine Probleme, dass es hier ein Rucken und Zucken gibt, wenn man schnelle Motive aufnehmen würde. Zwei UHS 2SD Kartensteckplätze, WLAN USB-C Verbindung mit der Möglichkeit des Ladens des Akkus über USB-C macht diese Kamera zu einer ganz modernen Kamera, die aber trotzdem an alte Zeiten erinnert. Und natürlich das Besondere daran ist, dass man wie früher bei einer analogen Hasselblatt durch den Kameraschacht durchschaut und fotografiert und nicht wie wir es üblich sind, üblicherweise heute machen, beim Kopf. Wir halten also die Kamera genauso wie damals eine alte Hasselblatt Mittelformat direkt so oberhalb der Hüfte beim Fotografieren und schauen auf das Display hinunter. Für wen ist nun so eine Kamera empfehlenswert? Nun, natürlich für Landschaftsfotografie, für Produktfotografie, für Werbung, für Portraitfotografie und für Mode dort überall dann, wenn es wirklich um höchste Abbildungsqualität geht. Und ich kann es jedem Amateur nur empfehlen, wenn man wirklich von Fotografie begeistert ist, sich vielleicht einmal für wenige Tage so eine Kamera auszuborgen und dieses Erlebnis des Fotografierens, diese Haptik einmal wirklich selbst nachzuempfinden zu können. Und dann erst eventuell ein Urteil bilden, ob so etwas wirklich in der heutigen Zeit noch notwendig ist und ob das auch noch fotografisch Vorteile bringen kann. Mit dieser Überlegung lasse ich euch jetzt einmal darüber nachdenken und wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, unten abonnieren und nichts mehr versäumen. Daumen hoch. 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 Vielen Dank.